Und wir sind wieder zurück! Servus, Erdnus. Wie man auf der Minimap vielleicht sehen kann, gibt's da eine gepresste Blume? Äh, warte, wie mach ich die Map? Wo ist die gepresste Blume? Touchscreen. Da, das ist da. Das seltsame Zeichen. Das Blumenzeichen. Oder so ein Zeichen, die auch immer man's nennt. Dann hol ich's mir kurz. Damit kann man Farben nicht einschalten. Töte... Woher? Du bist schon vorbei. Äh, warte. Womit, hm? Bitch, du nervst. Wo ist die Blume? Da liegt's auf dem Grab. Er hat dich geschockt. Töte ihn. Was willst du? Töte ihn. Lass ihn doch einfach machen und hilf es auf. Wo ist das? Er ist gleich Agro. Da ist es auf dem Grab. Du nervst. Es liegt doch da auf dem Grab. Hab ich... Da liegt es. Da rechts. Ach so. Das Buch. Ach, da ist es. Oh, ich war... Er hat nicht aufgepasst, dass ich den abwehren soll. Du meinst überwältig? Uh, ja. Genau wie im Boxer-Move. Äh, ich werd den nicht blündern. Da ist das Teil. Das sind Leute in der Umgehung. So, schön. Yeah. Und jetzt mach was. Jetzt kann ich auf die Karte gehen. Gucken, was in Lamport hat. Ja, gleich. Dann gehen wir kurz hoch. Ah, Karte war... welche? Topscreen. Topscreen. Erstmal gucken, was für ein Level hier verlangt wird. Geh einfach. Äh, voll ist Level 3 und das haben wir. Ja. Geh einfach auf eine Aktivität. Templerjagd Martin Church. Ich würde, äh, äh, das Templer fortmachen. Das ist immer ganz Spaß. Ja. Denkt was? Ja, dann mach ich den Ghost Club mit Charles Dickens. Im Folhen ist, im Folhen ist Level 4. Ja, mach das passt doch. Level unter mir aber, okay. Wie markier ich? Einfach 6. Mit X. Okay, dann muss ich... Es geht nur darum, Leute zusammen zu schlagen, ja. Du musst nach rechts. Äh, nach rechts. Ah, da. Okay. Jetzt halt noch über eins. Wo ist das? Ist das erstmal, dass ich den Scheiß schieße? So eine Erleichterung eigentlich. Ja, um einiges. Einen Scheiß nie wieder auf dem Boden. Nein, nicht wirklich wieder auf dem Boden. Trefft ihr von hier? Das ist, ja. Das ist um einiges einfacher. Das heißt einfach nur, hier alles ausschalten. Schwieres Gebiet mit betreten. Überfall, Breites verbrennen und gefangene Rooks befreien. Ja. Okay, vorsichtig hier. Hier ist das Hardlerauge. Hardlerauge. Damit, weil du durch Winde... Okay, unter mir sind welche. Ich werde die aber ge... Ist das ein Rooks? Ja. Oh Gott, wer ist der Fünfer? Einfach runterspringen. Du kannst Attentat auf den Fünfer machen. Ah, Attentat auf den Falschen. Attentat auf den Falschen. Das ist nicht cool. Seh mich nicht. Ich bin zu cool. So viel zu dem Thema. Aufs Maul. Ey, da unten tut er wie. Keine Machen. Ich muss den aber retten. Das heißt, ich muss da runter. Oh, die kommen zu mir. Wo kommen die denn alle hin? Ah, fuck. Da kommt ein Wachbrotten. Töten. Ah, fuck. Ich habe hier andere Probleme, okay? Au! Weil die Überstärkung ist auf dem Weg. Scheiße. Der meint sich ja kurz. Ja, Verzeihung, dass er vielleicht... Ah, fuck me! Weg, 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 weg! Verzeihung, dass er vielleicht nicht grad aus dem Kampf rausrennen kann. Medizin benutzen nach oben. Nach oben. Nach oben mit dem Steuerbrot. Bin ich doch! Was gemacht? Ja, los. Kämpf weiter. Ah Gott! Hör auf! Nein! Weg, weg, weg! Shit! Wie scheiße bin ich ja... Ich sag doch, das ist nicht mein Gebiet. Ich bin zu doof für sowas. Das ist... Prüfe. Weg, 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 weg. Ich mach das gleich nochmal, aber ich versuch die dann zu Attentaten. Na, Toterholung. Ja. Jetzt warte ich erstmal, bis mein Leben wieder voll ist. Das kann dauern. Ich hab keine Medizin mehr, oder? Nein. Dann geh mal kurz auf die Karte, vielleicht ist er irgendwo in deinem Geschäft. Ich fühl mich so scheiße schon wieder. Da ist ein Geschäft. Welches? Na da, das ist ein Dollarzeichen. Das hier? Er pound. Jawoll. Dann kümmere ich mich später nochmal drum. Dann füllst du meine Munition komplett auf. Ja. Ja. Und genug Geld muss man haben. Das ist der letzte Fehler, den du jemals machen wirst. Einfach kaufen. Ach scheiße. Ah, das geht's doch nicht. Einfach bei der Umniepen. Bist du ein bisschen... Gott, wo kommen die alle her? Einfach in die Seitengasse. Weg. Gott, ihr nervt! Ach, ja. Könnt ihr euch verpissen? Ich bin endlich Anonyi über Halleluja. Scheiß Pleutos. Ja. Die sind aber im Inneren runden. Ich kann nicht einkaufen gehen so. Ja, doch. Einfach ganz nett und langsam runter gehen. Oh, da kommt einer vom Dach. Der ist ja überhaupt nicht verdächtig. Der Parkour nach unten. Ja. Ich hab das zu lange nicht mehr gespielt. Ja. Ja. Kann ich jetzt einkaufen bitte? Das ist ja der Typ. Warum kommst du... Ja was? Ich will einen Schei... Du musst jetzt doch etwas geben lassen. Alles aufheben. Oh scheiße, wir sollten uns vielleicht mal Upgrades kaufen bei 6500. Ja, also... Was herstellen. Können wir ja machen. Äh... Ja. Inventor. Herstellung. Inventor. Wir können uns auch erstmal bessere Sachen kaufen. Waffen. Für Chill kommt natürlich schon 3000. Ich würde den... Ooooooh, die Dinger sehen schön aus. Schöne Stacheln. Wir werden ja noch kaufen. Kaufen und auslösen. Ich glaub den können wir auch direkt verbessern. Upgrades für 4... Moment, das kann man... Nein, das geht noch nicht. Den könnte man herstellen, wenn ich Level 5 wäre. Wir könnten aber auch den, den du jetzt schon an hast, für 1000 nochmal upgraden. Echt? Ja. Steht doch dran. Verbessern. Nice. Irgendwas... Geht mal. Immer Assassinenhandschuhe schussbar. Man kann's alles durchgucken. Monturen gibt es was Neues. Zwei Neue. Tourburschen-Montur. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber kostet so. Ja. Lumpen der Kreatur. Okay. Ohne Scheiß. Das ist ja nicht groß. Meine Gestern war abstoßen und riesengroß. Was hat das zu bedeuten? Wer bin ich? Was weiß ich? Mary Shelley Frankenstein oder der moderne Promo? Aber ohne Scheiß. Das sieht geil aus. Ja. Ja. Ich glaub das hab ich gedownloadet. Ich glaub das kann man schon anziehen. Den kann man anziehen? Ja. Verbessern. Oh ja. Komm. Aber das sieht geil aus. Das behält jetzt Jacob. Aber du musst dann mit dem Kukiri kämpfen. Kukiri. Echt? Mit dem Ding muss man mit dem Kukiri kämpfen? Ja. Macht 10% mehr Schaden. Ist ja egal. Ich mein. Ist egal. Dann wechselst du halt einfach die Waffe. Ja. Ich hab noch nie mit dem Kukiri gekämpft. Ist halt ein kleiner Deutsch nenne ich. Das ist. Du kämpfst eigentlich genauso. Das ist kein Unterschied. Dann rüste ich den mal in Kukiri aus. Wir haben aber nur das Schwächste. Also bleiben wir vielleicht doch lieber einfach beim Schlag. Bleiben wir vorerst bei dem und rüsten später in Kukiri aus. Jo. Da wird eigentlich was herstellen. Können wir halt auch gucken. Herstellung. Äh wo ist das? Und da Gang Upgrades. Können wir auch machen Gang Upgrades. Rookie Training. Mhm. Würde ich direkt machen eigentlich. Rookie Fahrer. Rookie Späher. Sabotage. Recyber-Stechung. Ah da werden wir noch nicht. Hätten wir kaufen können eigentlich. Kleine Rooks. Aber ich glaub wir machen das Training. Mhm. Mhm. Ja und dann jetzt noch Herstellung. Waffenbrüder. Ja. Mit einer gemeinsamen Salve. Das ist einfach saugeil wenn das kommt. Mal sehen Fahrer. Ich dachte wir wollten noch Herstellung gucken. Ja. Stimmt. Ausrüstung. Oh. Den einen Stock gibt kann man anscheinend. Wobei das nicht Dingenswaffe wäre dann. Maja Stockdeutsch. Ich glaub ich bezweifle dass das irgendwie J-Cop wäre. J-Cop kann auch Stockdeutsch hier verwenden. Ja das ist nicht sein Stil. Vor allem mit der Monturum ist es ja sowieso erstmal mit dem Kukri. Das ist ein richtig geiles Stück. Wir brauchen dafür nur noch Kohle. Ja. Und dann warte ich bis wir das Geld haben und dann kaufen wir das. Weil das sieht geil aus und das macht's so. Wir entspannen halt kurz die Kohle zusammen. Aber erstmal bei der. Ich hätte noch geguckt was die Upgrades bei der Herstellung sind. Achso. Mehr Patronen. Patronen. Mehr Murfmesser. Ich würde mir beziehen. Ein Flachmann. Wirksamkeit oder. Mehr Medizin mitnehmen würde ich sagen. Müssen wir aber nicht machen. Boah. Ich mach's trotzdem mal. Und danach nächstes mal nehmen wir den Kukri mit. Ist ja nix. Oh. Und noch. Holy fuck. Ich sehe geil aus. Du darfst ein Zylinder nochmal auf. Das ist nice. So richtig Penner. Edler Penner. Edler Penner. Warum den Baum hoch? Weil Baum. Oh. Oh. Ich hasse das. Den Zug könntest du überfallen. Ich muss jetzt. Ich will das jetzt erstmal nochmal versuchen. Jetzt ist es im hohenes Level. Eins runter gegangen. Ne. Es war schon vorher vier. So. Mach mal. Aber jetzt bist du der Lumpenjunge. Jetzt bin ich der Lumpenficker. Nein. Er ist eigentlich eine Kreatur jetzt. Das ist ja Frankensteins Mantel. Falls er das nicht aufgefallen ist. Ich weiß. Oh damn it Jacob. Er muss eigentlich nur da jetzt links rein. Okay. Irgendwo gibt es anscheinend auch Überfallpläne. Das ist ein Türen-Tü-Ding. Das kannst du tragen. Und werfen. Ja. Aber das explodiert auch beim Aufprall. Das könntest du das zu den drei Typen da werfen. Aber das könnte den Ruck töten. Oh Fabrice siehst du die Tonne. Ja. Ich sehe die Tonne. Das bringt dir jetzt noch nichts. Noch nicht. Weil das wird so witzig wenn das dazukommt. Oh warte was ist das. Noch nichts. Ihr jetzt sollst dich hier auf den Kampf konzentrieren. Das ist ne Kiste. Ich will eher. Ich will lieber die nacheinander anlocken. Mach erst den Speer fertig. Der mit dem. Ja. Und wechsel mal statt vielleicht Rauchbombe was anderes aus. Steuerkreuz links. Wurfmesser. Wurfmesser ist leise. Kannst nicht da irgendwie. Ich fahre jetzt wie ein Scherz-Hooter. Der links. Einfach. Ziel war wie nochmal? L2. R. R oder. Könntest eigentlich auch gleich einen Appen-Tot machen. Ne L2. Jetzt könntest du ihn dort oben. Jetzt krieg ich dich. Komm her. Ich will ihn töten. Und wo? Noch mal. Ne der war schon. Das ist über sicher zu sein. Jetzt den kannst du Atem-Tot machen. Wichtig. Einfach erstmal runter. Einfach gucken. Atem-Tot spiel. Wursch. Okay. Ein Gentleman. Okay. Wieder hoch. Wieder hoch? Ja. Systematische Vernichtung. Damit ich nur diese 3 habe. Systematische Vernichtung. Damit ich nur diese 3 am Hals habe. Wursch nicht machen. Du könntest auch einfach auf die werfen. Ja. Ja. Wer ist der nächste? Vielleicht der 5er? Ja, der 5er. Wo ist der 5er? Ja, der da gelb angezeigt wird. Ne, das ist ein 4er. Das ist wahrscheinlich der 5er. Da ist der 5er. Da, da links, links, links. Links? Ah, ficken! Ich habe den nicht bemerkt! Ehrlich? Ich habe nicht bemerkt, dass er mich gesehen hat. Ich würde nicht mal runter gehen, zwar ich würde warten, dass du hochkommst. Ja, ich verziehe mich, weißt du was? Fickt euch. Für die Team. Ich weiß. Kommt halt, kommt halt hoch, ihr Bitches. Hallo? Da geht's nicht hoch. Nicht überall geht's hoch. Kommt halt hoch, ihr Bitches. Nicht geplant. Aber es hat dich gerettet. Oh, hier kommt ja eine ganze Armee runter. Wo kommt die alle her? Jetzt ganze Kiln eigentlich, hier drauf. Er will nicht. Das ist seine Wenigung. Ja, ich habe nicht bemerkt, dass er mich angegriffen hat. Scheiße. Medizin. Ja, ich weiß, ich weiß! Ich bin zu... Ich bin zu dumm zum Kämpfen. Attentate okay, aber ich bin zu dumm zum Kämpfen. Das lass ich Eddie machen und ich nehme dann die Templerjagd von dem anderen Heini. Ich wollte den Ghost Club machen, ja. Dann lass mir den Ghost Club einfach, Eddie. Ja, Fabric, kannst ich das mir lassen, den Ghost Club von Charles Dickens. Ja, du könnt noch kurz wechseln, dass ich das jetzt machen und du dann den Ghost Club machen. Wieso, du kannst ja immer noch die Templerjagd oder so machen. Oder Kinderbefreiung, was ich eigentlich auch sehe. Dann machst du die Kinder... Genau, du machst... Oder Kinderbefreiung. Aber es gibt... Kinder... Kinderbefreiung ist doch derselbe Scheiß wie mit der anderen Mission dort. Das kann ich auch machen. Das ist wenigstens Attentat. Nur gibt's Gott keine Kinderbefreiung in der Nähe. Scheine ich doch. Du musst halt mal gucken. Wie... wieviel sind wir mit der Zeit? Äh... 16. Es geht, komm. Jetzt machst du das, ich bin zu dumm zum Kämpfen. Mit dem Gentleman. Mit dem Gentleman. Ich mach dir nur kurz was. So ein Ladekabel für mein Laptop. Hinter den Kulissen. Juri... Hurry up. Juri geht Furi. Gott der Name. Die rotz-bondert. Mehl Gott. Nobody cares... Nobody cares... Noch den Jungen finden, würde ich sagen. Oh, den Fünfer lädt ich. Ja, ich bin zu dumm für sowas. Woran die denn hin? Wo glauben die, dass ich herkomme? So, jetzt werden alle angezeigt, die du noch töten musst. Und du bist auch tot. Wo glauben die eigentlich, dass ich herkomme? Jetzt haben sie dich gesehen. Die Tulle hat dich gesehen. Wie du die einfach durch die Wand betrachten kannst. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da gab's so. Jetzt denkst du so, fuck it. Und ich denk mir, das ist schlampe. Uh, auf die Fresse. Das mit dem Sirup war, äh, Dickens. Sehr gerade da ist so ein fallendes Teil, wir hätten das einfach benutzen können. Ich bin so leid, wenn du mich brauchst, Jacob. Bleib wachsam, ja? Ich halb filmen! Das ist natürlich jetzt nicht so rollkampf, die einfach. Doch. Das zählt aus Befreund. Schnappt sie euch! Nein, die müssen überleben. Nein! Nein, das ist und du warst. Nein, nein. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so sehr gut. Ihr was-mate? Der wollte eigentlich den Anderen töten, ja. Ich sag doch, ich bin zu doof. Danke dafür. Die Überfallpläne, die haben jetzt nicht gut. Rubin Kukri! Nice! Vielleicht kommt jetzt noch irgendjemand. Wow, was ist das für ein fettes Gebiet gewesen. Sie zieht sich einmal durch das Ganze. Jawohl, ja. Rein, wir Lander. Äh, was ist das da oben? Das ist über der Templar, ja. Nicht die Truhe, ey. Das rote links drin. Das rote. Was ist das für ein rotes? Das da, das da. Das? Lord Bacchus. Leopold. Also, Leopold. Wahrscheinlich ist es so. Und hier ist nur nix. Weil wir das noch verkunden müssen. Sie sind nur noch zwei Punkte verbrüht. Na gut, dann machst du Leopold Bacchus, ich nehme den Ding ins. Was? Rüst den Kukri aus. Wir haben ja schon ne Rüstung, die besser ist, wenn man Kukris hat. Ups, ich kette mir alles. Woher ist fest im Boden unter den Füßen. Der hing grad an nichts. Machen. Ah, hier. Weniger Betäubung, aber das ist nützlicher irgendwie mit der Tötlichkeit. Kann man noch einmal ausgerüstet. Hast du es ausgerüstet? Ja. Kann man noch einmal upgraden, dann ist es genauso effektiv. Was? Jetzt haben wir einen... Der Blumen hat er gefunden. Und jetzt haben wir Kukris. Gefunden. Das ist die zweite in Lambeth. In Lambeth. Guckt euch den Penner an mit dem Zylinder, der hier rumfliegt. Und dem Kukri in der Hand. Nein, in der Tasche. In der Tasche. Da wird den Zyligen zurückbringen. Dahinter steht noch an das eine wo du ihn umbringen musstest, weil du ihn einfach nicht mitnimmst. Ah, das war Bull! Wo ist er? Warte, das ist er aber. Wo kamst du her? Den hab ich rekrutiert. Du kannst ihn entlassen, indem du den Kreis gedrückt hast. Wo ist der Typ? Wollen wir noch mal machen, du Buck? Da ist er doch, da unten, in die Fie... Ach, wupp. Der ist im Gebäude. Buckus? Gerade vorhin hieß er noch Buckus, ja. Ja, das dachte ich mir auch. Ich freue mich, dass noch ein Buckus und schon den ersten Füller im Spiel gefunden. Och, fuck it. Das ist doch kein Kupi, das du hast. Das ist doch nicht ausgerüstet. Ist egal. Ist wirklich egal, ja? Wo ist das trotzdem mal raus? Geht nicht, guck mal. Ach, sie benötigen Level 4. Man sollte vielleicht auch lesen, Kameraden. Jeden Satz von Atentate... BAM! Sieht dich einer? Wieder hoch. Wieder hoch. Du, denn erst wenn der Gegner da ist, machen wir hoch. Ach, Fabrice. Ich kenne das Beste. Fabrice, das ist mal wieder 1A-Taktik. Und was ist mit dem Ziel? Das hat mich anscheinend noch nicht bemerkt. Ja, das ist ja auch nicht gebeutet. Wieder hoch? Kriegst du's hin, Fabrice? Diesmal sogar hochzukommen? Ist das jetzt ein kleiner Erfolg für dich, dass du geschafft hast, Fabrice? Ach, ich bin jetzt. Attentat. Achste Luft! Wieder hoch. Ich bin nicht auf das Gebäude. Eigentlich bist du schlimmer als Jack the Ripper, ja? Schon irgendwie, ne? Wie viele hat Jack the Ripper... Oh, Pistole, keine Ahnung. Wow! Immer noch niemand! Nachladen! Skill! Der ist weiter unten? Du musst in das Gebäude rein! Der ist im Keller! Der ist nicht kapieren! Ich dachte, der wäre im Gebäude, nicht im Keller! Ja, im Gebäude, im Keller! Ja, aber wir versuchen erstmal alles von außen zu zerficken, wahrscheinlich, ne? Also ich weiß, wie ich runterkomme! Dann will ich vielleicht nur die da oben killen, um das zu können! Fuck him! Fuck him running pussy! Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm in die Pussy flicken kann! Aber überhaupt! Da ist noch wer! Genau! Ja, unten! Guck mal was! Du musst da rein, fuck uns! Tötet ihn! Tötet ihn auch! Ries, hoch! Der läuft da ja! Oh, man! Do a barrel road! Attentat, los! Das war grad geil! Das war grad geil! Tötet ihn! Ja, ganz schön dunkel hier! Wie in der Vagina-Lärm, oder? Oh, da ist wer! Nein, du siehst mich nicht! Uhuhu! Lauf einfach! Als ob der jetzt ne Brille oder ein Fernrohr hat! Ja! Warte! Sobald er sich umdreht, ist er tot! Ja, genau! Los, dreh dich um! Ich will sehen, wie du auf der Stelle umkippst! Ja, warum kippt er nicht um? Hier unten gibt es nichts Schönes! Wieder nach oben! Da unten war deine Zielperson! Vielleicht schaltest du vorher noch den da aus! No shit, Sherlock! Indem du da rüberspringst und einen Luftattentat machst! Und dann tacklst du den da einfach um! Den muss man, glaub ich, nicht mehr tacklen! Gefangen! Gefangen! Was wollen sie von mir? Aber ich würde es trocken! Sind sie von der Polizei? Sind sie ein Pooler? Was ist dem Gebiet entkommen? Einfach da rauslaufen! Sind sie von der Polizei? Sind sie ein Pooler? Was ist ein Pooler? Ich verdiene den Strang nicht! Du bekommst kein Todesurteil, Mann! Aber einer Verhaftung wegen deiner Diebstähle entgehst du nicht! Oh Mann! Die töten mich da drin! Marder bekommen Probleme im Gefängnis, mein guter Backus! Du hast ein paar Steine geklaut! Das wird schon werden! Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? Ich feiere den... Ich weiß nicht, ich mag Jakob! Ja! Er ist ein Boss! Was? Beide! Er ist der Boss natürlich von den... Er hat einen verdammten Zylinder! Er hat den ultimativen Level der Bossheit erreicht! Er hat den ultimativen Level der Bossheit erreicht! Wo musst du jetzt eigentlich hin, Frau Frühling? Ich geh zu einer Krutsche nach vorne! Gut, es ist nämlich... Keinen Mox, dann lasse ich dich vielleicht am Leben! Boah! Dann lasse ich dich vielleicht am Leben! Boah! Dann lasse ich dich vielleicht am Leben! Du nützt! Lass mich raus! Ach, du musst noch fahren! Gib Gas, mein Freund! Ähm... Ja, ne Kutsche fährt nicht von alleine, Fabrice! Gott, da ist noch wer! Gut, Fabrice! So, aber... Jetzt verpiss dich! Da sind zwei hinter mir! Was rammst du noch? Die dritte Kutsche, Fabrice! Fabrice! Du kannst grad nicht mitfahren! Warum? Warum bitte? Wie wär's mitfahren oder so? Was wird das, wenn's fertig ist? Fabrice, bitte! Was wird das? Ah! Halt mal grad meinen Jungen! Der hält grad hier! Der hält grad als du! Mein Jungen bist du etwa 18, Fabrice, oder was? Was wird das, Fabrice? Bist du 80? Oder warum? Ich muss in die andere Richtung! Ja! Und falls du noch weißt, man kann auch rammeln und so! Alter! Das war bis jetzt richtig gut! Und dann eskaliert's ja einfach! Weil du so scheiße zusammenfällst! Das war's nicht! Das ist ein Wunder, wenn die Kutsche überlebt! Die Kutsche überlebt? Ja! Ja! Weil deine Fahrkünfte sind gleich 0, Fabrice! Halleluja! Und das war's dann auch der Kutsche! Echt? Ja! Danke! Ja! Weil das war wirklich unter aller Kanone dieses Fawn! Also gut! Ich wollte ihn eigentlich abknallen! Der Bart ist hier beendet! Nächstes Mal bin ich wieder dran! Und natürlich!